Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die Nahkämpfer an. Dabei beachten wir nicht nur den reinen DPS-Wert, sondern vor allem Dinge wie Raid-Unterstützung und wie Konstanz der jeweiligen Klasse über das komplette Addon. Bedeutet unterm Strich, was bringt ihr unabhängig von eurem Schaden dem Raid und wie gut performt ihr über das ganze Addon hinweg. Wir gehen mit Absicht nicht ins Detail und betrachten die jeweiligen Ausrichtungen komplett oberflächlich. Wir wollen euch einfach eine grobe Übersicht geben, was euch mit der jeweiligen Klasse bzw. Ausrichtung erwartet. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Der Täuschungsschurke ist in Wrath of the Lich King die PvP-Ausrichtung schlechthin und kann eher weniger in Sachen konstanten Schaden in Schlachtzügen überzeugen. Dafür habt ihr einen guten Burst-Damage mit Skills wie Schattenschritt oder Meucheln. Mit Schattenschritt teleportiert ihr euch hinter euren Feind und fügt zusätzlichen Schaden zu. Als einem Fuchzka-Talent habt ihr den Schattentanz. Nach Benutzen könnt ihr hierfür 6 Sekunden lang Fähigkeiten wie Kopfnuss, Erdrosseln, Hinterhalt, fieser Trick oder Konzentration unabhängig von eurer Verstohlenheit nutzen. Das Ganze bringt euch allerdings nicht allzu viel in Raids. Des Weiteren ist der komplette Baum eher auf Kontrolle von anderen Gegnern ausgelegt und beinhaltet wenige Talente, die euren Schaden als Raider maximieren. Da wir auf Patchstand 3.3.5 spielen, ist der Blutbaum des Todesritter eher fürs Tanken ausgelegt, statt reinem Schaden zu machen. Ihr habt Dutzende Fähigkeiten, um Schaden zu minimieren oder eurem Gegner Leben zu rauben, um es auf euch zu übertragen. Mit der Fähigkeit Bösartigkeit habt ihr zudem einen der besten Schadens-Buff, welchen ihr sogar auf einen Mitspieler zaubern könnt. Hierbei wird das Ziel hüten und sein verursachter körperlicher Schaden wird für 30 Sekunden um 20 Prozent erhöht. Er verliert dabei pro Sekunde 1 Prozent seiner maximalen Gesundheit. Neben seinen gängigen Fähigkeiten wie Seuchenstoß, eisige Berührung und Todesstoß bekommt er mit Herzstoß einen weiteren Skill, mit welchem er sogar noch ein zusätzliches Ziel trifft. Sein 51er Talent Tanzende Runenwaffe bespört eine zweite Runenwaffe, welche 12 Sekunden lang eigenständig kämpft und eure Angriffe imitiert. Dabei macht sie allerdings 50 Prozent weniger Schaden. Fürs reine Schadenausteilen sind die beiden anderen Specs besser geeignet. Als Tank ist der Bluttodesritter allerdings unfassbar stark. Mit dem Tierherrschaftsjäger setzt ihr alles auf euren Begleiter und habt diverse Fähigkeiten, um diesen zu verstärken. Wenn dieser stirbt, verliert ihr massiv an Schaden. Eure Begleiter erleiden ab sofort 90 Prozent weniger Damage durch Flächenschaden. Mit dem 51er Talent Herr der Tiere könnt ihr sogar exotische Wildtiere wie den Teufelsaurier aus dem Un-Guru-Krater zähmen und diesen für euch kämpfen lassen. Skills wie Zorn des Wildtiers versetzt euer Tier in einen Kampfrausch, wodurch es 10 Sekunden lang 50 Prozent zusätzlichen Schaden verursacht. Ihr könnt nun sogar mit gewissen Tieren fehlende Raid-Debuffs abdecken. Der Tierherrschaftsjäger ist perfekt zum Leveln oder fürs PvP. In Schlachtzügen hat dieser allerdings, wenn überhaupt, nur Nischeneinsätze und kann am ehesten noch ganz am Anfang zu Naxxramas gespielt werden. Sobald ihr mehr Ausrüstung habt, werdet ihr aber ganz schnell eure Ausrichtung ändern. Der mit einer Zweihandwaffe ausgerüstete Waffenkrieger ist vermehrt in den ersten Raid-Stufen zu finden, da für Horror schlicht und ergreifend noch das vernünftige Gearfield. Ihr bringt eurem Raid vor allem die Blutraserei-Debuff mit, welchen jeglichen erlittenen körperlichen Schaden des Ziels um 4 Prozent erhöht. Außerdem noch Dinge wie euren Schlachtruf oder Befehlsruf für mehr Angriffskraft oder Leben, Trauma für 30 Prozent mehr Blutungsschaden, oder auch eine Angriffsgeschwindigkeits- und Rüstungsverringerung am Ziel. Mit Klingensturm habt ihr zudem ein starkes 51er Talent, welches euch zum Wirbeln bringt und bis zu 4 nahe Ziele angreift. In den nächsten 6 Sekunden macht ihr dadurch konstanten Schaden, könnt euch nach wie vor bewegen, allerdings keine anderen Fähigkeiten einsetzen. Dank dem Talent Plötzlicher Tod habt ihr die Chance eure Hinrichtung Fähigkeit unabhängig vom Gesundheitswert des Ziels zu benutzen und mit Verlangen nach Blut prockt euer Verwunden eure Fähigkeit überwältigen. Deshalb habt ihr hier keine hundertprozentige feste Rotation, die ihr abspielen könnt, wobei euer tödlicher Stoß und Zerschmettern als Filler nicht fehlen dürfen. In den meisten Raids über alle Tierstufen hinweg nimmt man immer einen Waffenkrieger mit, mehr sind allerdings nicht wirklich von Nöten. Vor allem, da der Fury diesen ab den späteren Schlachtzügen schadenstechnisch deutlich abziehen wird. Der Vergelter Paladin wurde von Addon zu Addon deutlich besser. Neben Fähigkeiten wie Weihe, Kreuzfahrerstoß oder seinen Richturteilen bekommt er mit Wrath of the Lich King als 51er Talent die Fähigkeit göttlicher Sturm. Mit dieser greift er sofort an und trifft dabei bis zu vier Feinde mit 110% Waffenschaden. Dabei erhält er außerdem bis zu drei Gruppen oder Schlachtzugsmitglieder. Neben seinen ganzen bekannten Segen für Mana-Regeneration, Angriffskraft oder Plus-Werte bringt er dem kompletten Raid 3% mehr Schaden. Diesen Buff decken sonst nur Tierherrschaftsjäger oder Arcan-Magier ab, welche spätestens in den späteren Schlachtzügen vermutlich eher selten im Raid zu finden sein werden. Außerdem erhöht er die Zauber-, Fernkampf- und Nahkampfangriffsgeschwindigkeit sowie den Crit um ebenfalls 3% und hat sogar neben dem gerichteten Mana-Siegel noch einen Extra-Mana-Rack für 10 Raid-Mitglieder. Mit der Raid-Bubble-Skillung skillt ihr bis zu Heiligen Wächter in dem Schutzbaum und nehmt sogar noch 20% Raid-Schaden alle zwei Minuten auf euch. Das allerdings zu Kosten eures Schadens. Denn euer Schaden lässt im Vergleich zu anderen Klassen ganz schön zu wünschen übrig. Wobei der Schaden in Naxxramas noch ganz plausibel ist. Im T8 und T9 Content rutscht ihr ganz schön ab. Ab Eiskronen-Citadelle dreht sich allerdings das Blatt und das sogar gewaltig. Habt ihr euren Zweier-Set-Bonus des T10 Sets, dann setzen eure Nahkampfangriffe mit einer 40% Chance die Abklingzeit eures Zaubers Göttlicher Sturm zurück. Das bringt euch einen massiven Damage-Buff und befördert euch ab diesem Moment ins S-Tier dieser Liste. Da wir allerdings den kompletten Content betrachten und das erst zu spät passiert und vor allem von einem Set-Bonus abhängt, landet der Vergelter bei uns nur im B-Tier. Einer sollte aber in keinem Raid fehlen. Auf dem untersten Platz des A-Tiers befindet sich der Meuchelschurke. Als Meuchelschurke macht ihr dabei vor allem Schaden mit Giften und bringt dem kompletten Raid 3% mehr kritischen Schaden. Dank Schurkenhandel habt ihr einen extrem starken Cooldown für Verbündete, welchen deren Damage für 6 Sekunden um 15% erhöht. Hierbei wird allerdings auch die erzeugte Bedrohung erhöht. Mit eurem 51er Talent Blutgear erhöht ihr euren eigenen verursachten Schaden um 5%. Ihr nutzt vor allem Attacken wie Verstümmeln, bei denen ihr mit beiden Waffen gleichzeitig zuschlagt und gegen vergiftete Ziele zusätzlichen Schaden ausrichtet. Und natürlich zerheckseln, um euer Nahkampfangriffstempo zu erhöhen. Als Finisher für eure Kombopunkte verwendet ihr Vergiften, welches sich auf die verteilten Dosen eures tödlichen Giftes auswirkt. Dank dem Talentmeister der Gifte wird hierbei das tödliche Gift nicht einmal entfernt. Mit Dolchfächer habt ihr eine neue Flächenschadenfähigkeit, bei der ihr um euch um 360 Grad Dolche verstreut und dabei an allen Feinden Schaden verursacht. Eure aufgetragenen Gifte werden dabei verteilt. Mit Dolchen macht ihr hierbei sogar etwas mehr Schaden. Meucheln wird in den ersten Raids die Schurkenausrichtung schlechthin sein, da ihr dank dem Schaden der Gifte deutlich weniger abhängig von gutem Gier und vor allem Trefferwertung und Rüstungsdurchschlag seid. Ab Mitte Ende Ulduar sollte der Meucheln-Schurke allerdings im direkten Vergleich mit seiner Kampfausrichtung hinten abfallen. War der Überlebensjäger in The Burning Crusade noch eher als reine Supportausrichtung angesehen, so wurde sie in Wrath of the Lich King zu einer Schadensmaschine. Als 51er Talent bekommt er die Hauptfähigkeit Explosivschuss. Dieser feuert ein Explosivgeschoss auf den Feind, das beim Ziel Feuerschaden verursacht, sowie weiteren Feuerschaden über zwei Sekunden. Um nun aber oben mitzuspielen, müsst ihr in den Nahkampf zwecks eurem Talent sichern und laden. Hierbei wird zweimal die Abklingzeit von Explosivschuss und Arcanerschuss zurückgesetzt, wenn eure Eiskältefalle bzw. Frostfalle ausgelöst wird. Derselbe Effekt kann mit eurer Sprengfalle, Feuerbrandfalle oder eurer Fähigkeit Schwarzer Pfeil ausgelöst werden. Hierbei besteht die Chance allerdings nur bei 6%. Da Bosse meist immun gegen Verlangsamungen sind, müsst ihr mit euren gerade genannten Schadensverursachenden Fallen spielen und euren Schwarzen Pfeil auf CD halten. Schwarzer Pfeil ist ebenfalls ein Talent weit unten im Überlebensbaum, welcher neben direkten Schaden Schaden über Zeit verursacht und euren verursachten Schaden um 6% erhöht. Nebenbei benutzt ihr natürlich noch euren gezielten Schuss, der nun ein Spontanzauber ist, euren Schlangenbiss für Schaden über Zeit, sowie zuverlässiger Schuss als Filler. Mit tödlichem Schuss habt ihr zudem eine Hinrichtenfähigkeit. Hierbei macht ihr deutlich mehr Schaden, wenn das Ziel 20% Gesundheit oder weniger hat. Ihr habt natürlich zudem noch ein Pet, welches an eurer Seite kämpft, seid stark im Thema Flächenschaden und bringt zugleich ein paar Debuffs wie Rüstungsverringerung durch euren Wespenbegleiter, 3% weniger Trefferchance auf den Gegner sowie vor allem Mana-Wiederherstellung für 10 Spieler mit. Ihre Führung für die Agro-Umleitung natürlich nicht zu vergessen. Mit Schnellfeuer habt ihr zudem einen Cooldown, um für 15 Sekunden euer Distanzangriffstempo um 40% zu erhöhen. Der Überlebensjäger ist deutlich näher im Bosskampf wie die anderen beiden Ausrichtungen, da er darauf angewiesen ist, mit seinen Fallen zu arbeiten. Er wird vor allem sehr gerne in den ersten beiden Raids gespielt, wird dann allerdings schadenstechnisch von seinen Treffsicherheitskollegen ab dem T9-Content abgehängt. Mit dem Verstärker-Schamanen spielt er den zwei Einhandwaffen schwingenden und totem stellenden Schamanen, der jede Menge Verstärkung mitbringt und vor allem grundsoliden Schaden raushaut. Als 51er-Talents habt ihr eure Wildgeister. Mit dieser Fähigkeit beschwört ihr zwei Schattenwölfe, die unter eurem Befehl kämpfen und 45 Sekunden anhalten. Neben euren gängigen Schockzaubern, Flammenschock und Erdschock, verwendet ihr euren Sturmschlag, der sofort mit beiden Waffen angreift und den Naturschaden um 20% erhöht. So wie eure Lava-Peitsche, die sofort 100% Waffenschaden der Schildhandwaffe zufügt. Der Schaden wird sogar um 25% erhöht, sollte eure Waffe mit Flammen in Zunge verzaubert sein. Dank eurem Magma-Totem und der Fähigkeit Feuer-Nova habt ihr außerdem guten Flächenschaden in petto. Mit dem Talent Waffe des Mahlstroms habt ihr sogar die Möglichkeit, einen sofortigen Blitzschlag oder Kettenblitzschlag ohne Zauberzeit rauszuhauen, solltet ihr Nahkampf Schaden verursachen. Ihr bringt eurem Raid tonnenweise an Verstärkung mit, wie zum Beispiel den Kampfrausch, plus Stärke und Beweglichkeit, Angriffskraft, Nahkampfstempo, erhöhte Zaubermacht und erhöhtes Zaubertempo sowie einen Mana-Rack bzw. Gesundheitsreck für die Gruppe. Euer starker Schaden liegt vor allem an eurer Spellhands Spielweise. Hierbei tragt ihr in manchen Rüstungsslots, wie zum Beispiel Hals, Ringe, Rücken, Schmuck und Haupthand Zaubermacht-Items und nutzt vor allem andere Glyphen, Gems und Flammenzunge als Waffenverzauberung. Außerdem wird mit eurem Talent Geistige Schnelligkeit 30% eurer Angriffskraft in Zaubermacht angerechnet. Ihr macht dadurch deutlich mehr Schaden mit eurem Magmatotem, euren Schockzaubern sowie eurer Feuernova. Dazu habt ihr einen super Flächenschaden gegen mehrere Ziele, müsst aber natürlich auch immer eure Totems dementsprechend platzieren. Aber auch der gängige Verstärker kann sich sehen lassen und glänzt mit gutem Schaden, das passende Gear vorausgesetzt. Der Treffsicherheitsjäger ist der klassische Jäger, der seinen Schaden mit gängigen Fernkampfattacken verursacht. Dennoch aber natürlich sein Pet an seiner Seite hat. Ihr werdet im späteren Verlauf zudem einer der besten Schadensausteiler, was Einzelschaden angeht und habt einen extremen Burst Damage. Als 51er Talent bekommt ihr den Chimärenschuss, welcher Schaden verursacht sowie den Effekt eurer Bisszauber wie Schlangenbiss, Vipernbiss oder Skorpidbiss auffrischt. Je nach Biss löst er zusätzlich einen weiteren Effekt aus. Ist zum Beispiel Schlangenbiss aktiv, so wird sofort Schaden verursacht. Das ist der Grund, warum in den meisten Fällen immer euer Schlangenbiss aktiv sein sollte. Zusätzlich benutzt ihr noch euren gezielten Schuss, der keine Zauberzeit mehr hat. So wie in den ersten Raids und allgemein als Filler euren Arcanen Schuss. Das wird, umso mehr Rüstungsdurchschlag ihr habt, immer weniger. Zusätzlich haltet ihr noch euren unterdrückenden Schuss auf Cooldown, da diese nicht die globale Abklingzeit beeinflusst. Zuverlässiger Schuss wird eure Fähigkeit, sofern nichts anderes bereit sein sollte. Mit eurem tödlichen Schuss habt ihr einen Hinrichtenskill, welcher ab 20% Gesundheit des Feindes extremen Schaden verursacht. Mit Schnellfeuer habt ihr zudem einen Cooldown, um für 15 Sekunden euer Distanzangriffstempo um 40% zu erhöhen. Als Raid Buff bringt ihr vor allem Angriffskraft für den kompletten Raid sowie euer Irreführung für Agro-Umleitung mit. Mit dem Treffsicherheitsjäger spielt ihr eine Damage-Kanone, wobei ihr hierfür erst die nötige Ausrüstung benötigt. So kommt euer großer Einsatz erst ab dem T9-Content. Voraussetzung ist hier passendes Gear und vor allem genügend Rüstungsdurchschlagswertung. Ganz weit oben und fast an der Spitze befindet sich der Furoorkrieger. Mit dem 51er Talent Titangriff könnt ihr pro Hand eine Zweihandwaffe tragen, egal ob Axt, Streitkolben oder Schwert. Das Ganze verringert euren körperlichen Schaden um 10%. Hier benutzt ihr neben euren Fähigkeiten wie Wirbelwind und Blutdurst als Füller den heldenhaften Stoß. Eure Fähigkeit zerschmettern, welche eigentlich im Normalfall eine Castzeit hat, wird mit dem Proc des Talents schäumendes Blut zum Spontanzauber. Das solltet ihr demnach immer dann benutzen, sobald es verfügbar ist. Ab 20% Gesundheit des Gegners kommt natürlich noch eure Hinrichten-Fähigkeiten ins Spiel. In Sachen Flächenschaden seid ihr ebenfalls gut aufgestellt. Auch hier nutzt ihr euren Wirbelwind bzw. euer Spalten. Mit Todeswunsch und Tolkienheit habt ihr außerdem zwei starke offensive Cooldowns. Todeswunsch erhöht für 30 Sekunden euren verursachten Schaden um 20%, erhöht allerdings euren erlittenen Schaden um 5%. Tolkienheit lässt eure nächsten drei Angriffe mit Fähigkeiten zu 100% kritisch treffen. Auch hierbei wird euer erlittener Schaden um ganze 20% erhöht. Ihr bringt dem kompletten Raid dank Schlacht- oder Befehlsruf Angriffskraft oder Gesundheit sowie 5% kritische Trefferschance für Nahkampf- und Distanztreffer. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit bei eurem Feind die Rüstung, Angriffsgeschwindigkeit und die Angriffskraft zu verringern. Der Furoerkrieger ist eine absolute Maschine, welche vor allem im Endgame seinesgleichen sucht. Er benötigt allerdings erst das passende Gier bzw. genügend Trefferschance und Rüstungsdurchschlag, weshalb er in den ersten Raids erstmal etwas hinten ansteht wird. Das Ganze dreht sich aber im Verlauf von Wrath of the Lich King ins absolute Gegenteil. An der Spitze des Artyrs befindet sich unserer Meinung nach der wilde Kampfdroide. In seiner Katzenform haut er starken Schaden raus und ist zugleich mobil, extrem flexibel und bringt etliche Raid Buffs mit. Sein enormer Schaden liegt vor allem daran, dass seine Blutungseffekte kritisch treffen können. Die Blutungseffekte sind neben eurem Schreddern die Hauptschadensquelle. So habt ihr zum Beispiel den Krallenhieb zerfetzen als Finisher oder auch zerfleischen, was zugleich 30% zusätzlichen Schaden durch Blutungseffekte gewährt. Die Blutungseffekte machen euch vor allem in den ersten Raids stark, da ihr etwas ausrüstungsunabhängiger seid als andere Klassen. Ihr fallt zudem in späteren Raids schadenstechnisch nicht so ab wie andere Ausrichtungen. Eine gut gespielte Katze wird und kann auch noch im T10 Content ganz oben mithalten. Ihr habt zudem mit eurem 51er Talent Berserker einen extrem starken Cooldown, der eure Energiekosten für Fähigkeiten für 15 Sekunden lang um 50% verringert oder dank Tigerfurore alle 30 Sekunden erhöhten Schaden samt Energiewiederherstellung. Mit eurem Krallenhieb trefft ihr nun sogar mehrere Ziele. Mit wildes Brüllen habt ihr einen Finisher-Move, der den verursachten körperlichen Schaden um 30% erhöht. Ihr bringt zudem jede Menge Raid-Unterstützung wie zum Beispiel Anregen für Heiler oder könnt im Kampf einen gefallenen Spieler wiederbeleben. Zusätzlich habt ihr Buffs wie 5% Crit für den kompletten Raid samt Selbstheilung oder 30% mehr Blutungsschaden. Auf dem Feind bringt ihr zugleich Debuffs wie 5% weniger Rüstung, 20% weniger Angriffsgeschwindigkeit und verringerte Angriffskraft. Im Notfall verwandelt ihr euch in eure Bärform und springt sogar als Tank ein. Der wilder Kampf-Druide und seine Katzenform ist ein absoluter runder Schadensausteiler, welcher allerdings extrem Skill benötigt. Ganz nach dem Motto, leicht zu lernen und schwer zu meistern. Wer das allerdings schafft, wird das ganze Addon seinen Spaß haben. Der unheilige Todesritter ist der Totenbespörer unter den Todesrittern und glänzt vor allem mit seinem Ghoul als Begleiter, welcher bis zum Tode an eurer Seite verweilt. Er ist das komplette Addon, sehr gut spielbar und man möchte immer einen dabei haben. Er glänzt vor allem in den letzten Tierstufen. Als einem 50er Talent kann er alle 3 Minuten eine Gagel rufen, welcher für 30 Sekunden an eurer Seite kämpft. Das Besondere daran ist, dass dieser von Buffs wie unter anderem Kampfrausch und generell von eurer Angriffskraft profitiert. Mit diesem habt ihr einen der stärksten Burstfähigkeiten gegen Einzelziele im kompletten Spiel. Der unheilige Todesritter glänzt im Schaden vor allem, wenn es um mehrere Ziele geht. Dafür habt ihr zum Beispiel Tod und Verfall oder auch kochendes Blut. Vor allem aber dank eurem Talent wandernde Seuche. Dieses verleiht euren Krankheiten, welche ihr via Frostfieber und Seuchenstoß auf das Ziel gebracht habt, die Chance, auf weitere Ziele in der Nähe Schaden zu verursachen. Mit Pestilenz verbreitet ihr diese dann. Als unheilig Todesritter habt ihr sogar noch die dritte Krankheit Schwarze Seuche, die den erlittenen Magieschaden auf den betroffenen Zielen erhöht. In Kombination mit Pestilenz habt ihr so gesehen mit einem Knopfdruck einen Fluch der Elemente auf mehreren Zielen. Mit Armee der Toten ruft ihr euch zeitweise eine Armee von Ghulen, welche für euch kämpfen. Für den Raid bringt ihr zudem Stärke und Beweglichkeit sowie 13% erhöhten Zauberschaden mit. Der unheilig Todesritter hat dank Talente eine Pet-Leiste für seinen Ghul, der nicht verschwinden kann, beschwört einen Gargoyle und teilt sehr guten Schaden mit Fähigkeiten wie zum Beispiel Geiselstoß aus. Ihr habt sogar die Möglichkeit einen Totenspieler als Ghul wiederzubeleben. Den Kampfschurken spielt ihr mit zwei Schwertern, Kolben, Äxten oder einer Mischung aus allen. Euer Schaden, vor allem in den späteren Raids, lässt euch vermutlich immer unter den ersten im Damage Meter auftauchen. Hier ist allerdings Ausrüstung vorausgesetzt. Auch ihr habt wie euer Meuchelkollege die Fähigkeit Schurkenhandel, mit der ihr Bedrohung umleiten könnt und den Schaden des Ziels für 6 Sekunden um 15% erhöht. Als 51er Talent habt ihr den Skill Mordlust, welcher euch zu euren Gegnern teleportiert und diese alle 0,5 Sekunden mit beiden Waffen attackiert. Ihr macht dabei 20% mehr Schaden. Dasselbe Ziel kann zudem des Öfteren getroffen werden. Zusätzlich habt ihr noch euren Adrenalinrausch, der eure Energieregenerationsrate 15 Sekunden lang um 100% erhöht. Mit Klingenwirbel besitzt ihr einen weiteren CD, bei dem ihr alle 2 Minuten euer Angriffstempo um 20% erhöht und mit euren Angriffen ein weiteres in der Nähe befindliche Ziel trefft. Dazu kommt natürlich noch der Durchfächer, bei dem ihr um euch 360 Grad Schaden verursacht und bei einem Treffer eure Gifte verteilt. Als Kampfschurke benutzt ihr Fähigkeiten wie finsterer Stoß, zerhäckseln und finischt das Ganze mit Ausweiden. Ihr bringt dem Raid zusätzlich 4% erhöhten physischen Schaden sowie 20% verringerte Rüstung auf dem Ziel. Der Kampfschurke ist ebenfalls sehr Equipment abhängig, wird aber ab Ulduar sehr konkurrenzfähig und noch später zu einer echten Maschine. Der Frost Todesritter gehört zu den besten Nahkampfschadensausteilungen aus Wrath of the Lich King, vor allem wenn es um konstanten Einzelzielschaden geht. Ihr spielt hierbei vorzugsweise mit zwei Einhandwaffen. Frost ist zudem über das komplette Addon ohne Probleme spielbar, auch wenn die Talentpunkte phasenweise etwas angepasst werden müssen. Vor allem am Anfang ist der deutliche Equipment unabhängiger als manche seiner Konkurrenten. Als Hauptfähigkeit benutzt ihr hier erstmal eure eisige Berührung sowie euren Seuchenstoß, um beide Krankheitsdots auf das Ziel zu bringen. Mit Pestilenz verbreitet ihr die Krankheiten auf mehrere Ziele und erneuert den Dot. Um eure Runenmacht loszuwerden, benutzt ihr wenn immer möglich euren Froststoß. Außerdem knallt ihr noch euer Auslöschung raus, was ebenfalls gut Schaden verursacht, vor allem umso mehr Krankheiten sich auf dem Ziel befinden. Dank dem Talent Vernichtung werden die bestehenden Krankheiten nicht mehr aufgezehrt. Als 51er Talent bekommt ihr die Fähigkeit Heulende Böe. Hierbei macht ihr für euch in einem kegelförmigen Bereich einiges an Frostschaden. Mit Tod und Verfall habt ihr dazu eine weitere Flächenschadensfähigkeit. Das Talent Gnadenloser Kampf erhöht zusätzlich euren Schaden gegen Feinde unter 35% Gesundheit mit euren Fähigkeiten wie eisige Berührung, heulende Böe, Auslöschen und Froststoß um 12%. Ihr habt zudem noch Skills wie Armee der Toten, um euch eine Armee von Ghulen zu beschwören und euren Schaden zu pushen oder könnt mit Verbündeten erwecken einen Spieler im Kampf als Ghul wiederbeleben. Ihr bringt dem Raid zusätzlich Buffs wie Stärke und Beweglichkeit sowie 20% Nahkampfangriffstempo und reduziert die Angriffsgeschwindigkeit eurer Feinde um ebenfalls 20%. Bevor wir zum Fazit kommen, kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr bei uns YouTube Mitglied werden. Dadurch erfahrt ihr immer, wann welches neue Video erscheint, habt bei manchen sogar frühen Zugriff, werdet im Outro erwähnt und bekommt in den Kommentaren eigene Emojis, die nur ihr verwenden könnt. Zudem erhaltet ihr neben eurem Namen ein Mitgliedssymbol, welches sich je nach Länge der Mitgliedschaft verändert. Die Mitgliedschaft ist außerdem binnen wenigen Klicks wieder kündbar. Vielen herzlichen Dank für euren Support und vor allem ein dickes Danke an alle bisherigen Mitglieder. Kommen wir noch zu einem kurzen Fazit. Wie ihr schon seht, befinden sich unserer Meinung nach extrem viele Ausrichtungen auf den oberen 3 Tierstufen. Ihr könnt diese alle problemlos und ohne Schwierigkeiten spielen. Der beste DD ist der, der seine Klasse spielen kann. Dank Dual Spec seid ihr zudem extrem flexibel und könnt sogar je nach Encounter eure Ausrichtung anpassen. Wählt einfach das, was euch Spaß macht. Das gilt auch für Tanks und Heiler. Ihr kommt mit jeder gängigen Ausrichtung durch den Content. In diesem Sinne, viel Spaß in WOTLK und immer genügend Mana Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.